Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, es ist schon rührend zu sehen, wie im Last-Minute-Antrag der SPD eine Position vertreten worden ist, für die auch die AfD steht, wobei wir eigentlich jetzt noch weniger streng sind. Also dieser Rückzahlung stehen wir äußerst skeptisch und in der vorliegenden Form ablehnend gegenüber. Wir wissen aber, dass mit den europäischen Problemen problematisch ist. Man hat sich in vielen Bereichen an eine hundertprozentige Rechtsfreiheit gewöhnt, an einen hundertprozentigen Rechtsbruch, sodass wir es schon für angebracht und pädagogisch wertvoll halten, wenn nur 50 Prozent eines Vertrages erfüllt werden. Ja, also das wäre ein echter Fortschritt, weil die Erfolgsaussichten für die 100 Prozent Rechtskräftigkeit, Vertragstreue und so weiter nach allen Erfahrungen, die man hier in Europa gemacht hat, ja ein bisschen streng scheint. Irland wird zwar wegen einiger wirtschaftspolitischer Maßnahmen und Erfolge gelobt, gleichzeitig sticht jedoch, dass der hohe Schuldenstand, unverändert hohe Schuldenstand ins Auge setzt, wenn man da die Umsätze und Zahlen der Konzerne mit reinnimmt. Ja, gleichzeitig munkelt man auch vom Nachlassen der Bemühungen und zudem, das hat der Kollege von der SPD wunderbar vorgebracht, stehen 13 Milliarden Steuerschulden aus und die EU-Kommission verklagt Irland vor dem Europäischen Gerichtshof, um Irland zur Einziehung dieser Steuerschulden zu bewegen. Immerhin, ja. Das Land hat, wie gesagt, schon 2014, 2015, 18 Milliarden vorzeitig zurückgezahlt. Das wurde hier offenbar so durchgewunken. Wir waren damals nicht da, um das zu verhindern und offenbar hat auch die SPD damals eine andere Position vertreten. Und jetzt sind wir sozusagen im letzten Abschnitt des Vorgangs. Der Rest von 4,5 Milliarden soll abgelöst werden an den IWF und auch die beiden skandinavischen Länder sollen ihre 1 Milliarde zurückhaben. Zur Begründung heißt es, auf dem Markt seien derzeit ja nur, sei eine Rendite von 0,25 Prozent zu berücksichtigen, dass die Umfinanzierung im Fall des Falles so viel günstiger sei. Dies wird mit sehr günstigen Marktbedingungen charakterisiert und, ich glaube, man muss eher sagen, karikiert. Ja, also dieser Umstand von den günstigen Marktbedingungen soll etwa 150 Millionen Euro über vier Jahre hinweg einsparen, also gut 30 Milliarden per annum. Das, was man bei der Deutschen Bank früher Peanuts nannte, wissen wir. Im Vergleich zu den 3,3 Milliarden, die Irland ohnehin zahlt, ist das eine Summe, die wirklich nicht ins Gewicht fällt und nicht substanziell ist. Ja, gegenüber den europäischen Sonderfonds EFSM und EFSF stehen ja noch 40,2 Milliarden aus, zum echten Freundschaftszins nah an Null. Es ist klar, dass man da nicht runterkommen will. Ja, das Geld anderer Leute, mit denen man quasi gratis oder nah an gratis arbeiten kann, ist natürlich sehr attraktiv. Ja. Wir haben also nicht mit einem Umfeld zu tun, wo wir von Marktbedingungen reden können, sondern wir haben mit einer Geldschwemmenplanwirtschaft zu tun, die maßgeblich auch mit der EZB-Politik zusammenhängt. Ja. Und wir reden dabei gar nicht von den Drohverlusten im Target-2-System. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Brexit, so erfolgt und hart erfolgt, natürlich auch am negativsten sich auf die irische Wirtschaft auswirken wird. Also jetzt, da das Geld da ist, sollte man doch die Schulden bei allen Gläubigern bedienen. Ja, die Bundesregierung, Herr Altmaier, wäre sehr gut beraten, dafür zu sorgen, dass die vorgesehene Tilgungssumme von 5,5 Milliarden entsprechend der vertraglich vereinbarten, parallelen, proportionalen Rückzahlung an alle EU-Staaten, die Gläubiger sind, verteilt wird. Und damit ist dann eben auch das Geld deutscher Steuerzahler gerettet. Und die 23,4 Milliarden, die Irland in seiner Staatskasse hat, gegenwärtig, da bleibt noch einiges übrig. Ja. Und wir in unserer Konzilianz, wir sagen ja auch, fangen wir einfach mal an, mit 50 Prozent Vertragstreue, mit 50 Prozent Rechtsstaatlichkeit, auch in dem Bereich, da sind wir schon sehr viel weiter, das ist also der Königsweg sozusagen, der sich hier öffnet, last minute mäßig, der Königsweg einer überfraktionellen Zustimmung zu einer vernünftigen Sache, die ausnahmsweise in die richtige Richtung geht. Stimmen Sie für den Antrag der AfD im deutschen Interesse. Applaus